In der Welt der Physik gibt es keine Farben, nur elektromagnetische Wellen einer bestimmten Frequenz. So betrachtet entsteht Farbe erst als individuelle Wahrnehmung, als Empfindung im Gehirn. Die Schnittstelle von elektromagnetischer Strahlung und Empfindung bilden bestimmte Lichtsinneszellen im Auge. Die Zapfen Es gibt drei Typen von Zapfen, die auf unterschiedliche Wellenlängen des Lichts antworten. Kurzwelliges blaues Licht wird von den S-Zapfen rezipiert, grünes Licht von den M-Zapfen und rotes von den L-Zapfen. Andere Farben, wie Gelb, werden durch die Reizung mehrerer Zapfentypen erzeugt. Hier sind dies die M- und L-Zapfen. Wir sehen weiß, wenn alle drei Rezeptorentypen gleichermaßen gereizt werden. Unser visuelles Fenster in die Welt ist begrenzt. Wir sehen nur elektromagnetische Strahlung im Bereich zwischen 380 und 780 Nanometer. Zwar werden auf der Netzhaut bereits einzelne Farben detektiert, doch ihre Verarbeitung beginnt im primären visuellen Kortex und wird auf der sogenannten Was-Bahn fortgeführt. Schöne